Kommen zu Stress mit Vodafone hier bei Minecraft Talk. Minecraft Talk mit Florian Olms TV. Puma, ja. Ich kaufe mir bestimmt keine Sportsachen. Könnt ihr mit dem Vermarschen lecken. Netz, okay. Netzabdeckung prüfen. Internet okay oder was? Vodafone. Vodafone steht ja immer noch. Vodafone, vier Mal lancer. Vodafone, vier Mal lancer. jetzt geht es wegen adress oder ordn finden hagen suchen suchen 5g 5g im mecklenburg volkmann ist auch schon 5g mecklenburg-vorpommern ist auch schon 5g glaube ich aber nicht monot Sachsen-Anhalt mecklenburg-vorpommern mann speedtest er wenn er überhaupt will was machen statt auswahl des servers ja wusste ich gleich sie hätten fast kein empfangen ist geil vodafone hat wirklich gute leistung netz okay netz ist nicht okay mobilfunk ja vodafone störungen ist nicht bekannt aber sind schon viele angebot schon gebucht und wo sind meine wo sind meine zwei gigabyte info die daten sind füßen paket aussuchen guck mal was es hier für schöne pakete gibt keine aus dem paket ist will ich aber ich erwarte kein paket zwei gigabyte inaktiv glaube ich nicht ja aufladen 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 ich krieg die krise schon mal 5 7,5 gigabyte 7,5 229 euro und day flat 4 10 gigabyte für 5 euro dann war gut macht ihr mal vodafone ja dein datenvolumen ist leer und ich möchte nicht immer nur geld klauen ich krieg die krise man wurde von ich habe kein dsa ich habe nur bierfunk so man sieben vier vier drei blablabla und so weiter ok und so weiter wurde von der scheiße möchte ich euch sagen transfer nein danke dann optionen aktiv ja 25 euro ich bin ein kunde und vodafone scheiße gibt es immer noch keine hunde ich die habe noch gesagt zu weihnachten gibt es das kostenlos und wo ist das nirgends aber weihnachten ist ja noch nicht stimmt ja stützt 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 ja geil mein leugner podcast vodafone scheiße weißt du warum weil aufladen da aufladen hier überall aufladen warum muss man immer die weg bezahlen das ende des lebens ist umsonst was soll das warum ist nichts umsonst das muss geld kosten das muss geld kosten das muss geld kosten das muss geld kosten man braucht einen beruf aus der wohnung geschmissen ich frage mich warum viele also ich muss erstmal sagen viele mieter muss ich immer sagen die sind nicht mehr ganz dicht nicht mehr ganz dicht wisst ihr warum wenn die nicht die miete bezahlen oder so ein scheiß man muss nicht immer alles bezahlen bezahlen ist auch scheiße mein ende des lebens ist kostenlos alter ich hasse das einfach immer der tod ist umsonst alles nicht umsonst ich möchte ja mal wissen warum wo davon hier auch nicht alles umsonst macht dann habe ich millionen prozent gearbeitet ich hatte schon längst wenn ich zehn gearbeitet von der zehn gearbeitet oder hundert zwanzig hierbei zu 133 millionen jäger b a w ich krieg die diese oder von der tod ne also der tod ist immer umsonst war niemand weil viele alle so bescheuert sind sich aber tun weil es ist auch so ekelhaft dass viele sich niemals arbeit holen ja dann soll die sich mal anstrengen ja leute wenn ihr aber schon mal gedacht habt dass arme menschen auch arm sein können und ihr leute seid auch selber arm armselig erst sie sind armselig wenn ihr sowas so sagt doch auch doch los oder so sagt und beleidigung auf whatsapp das haben wir schon mal in der schule geklärt liebe leute also wir haben immer gesagt auch mach sie mal reden und hat unsere leute gesagt es gibt eine spam gruppe und hat einer gesagt ich hab die gemacht hier und die älter haben sie auch schon beschwert ja ich frage mich warum viele immer haten müssen was habt ihr davon was habt ihr vom haten haten ist umsonst man kann ja kommentare und schreiben umsonst aber youtube premium ist nicht umsonst das verstehe ich ja premium ist ja immer kosten nicht immer kostenlos mal was weiß die premium ist kostenlos aber nicht viel ja ja gleich zwei minuten also ihr versteht warum das leben nicht umsonst alles ist nicht umsonst oder wo davon ist niemand umsonst telekom auto warum habe ich ein familienvertrag ich liebe alle seite wenn ich eins und eins haben will mache ich auch ein schon ein internet für leute ich liebe es einfach Du, 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 du Nie mehr, der tut es umsonst Minecraft 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 Talk, dein Podcast auf YouTube Unterhaltungen alleine flo 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 wie hältst du das von warum müssen leute immer bezahlen ja also ich finde schon mal bösen dass immer leute zahlen müssen dass der tod immer umsonst ist florian kannst du mal hier schreibt jemand florian kannst du mal bitte in deinem podcast hier auf youtube über machen verquatschen weil es heißt ja mal auf talk ist nur für meine kraft zocker also die mag und spiel oder die wahrheit nicht verstehen können wahrheit muss man abkönnen sogar youtube muss auch abkönnen youtube muss sogar selber die wahrheit abkönnen und die meinungsfreiheit mal sagen kann man gar nicht was machen was man will außer außer atombomben hier in hagen oder so atombomben in hagenau oder auf der ganzen welt diese immer ganz dicht und der sich hier als also der ihn sich als scherz erlauben will als mörder sich zu verkleiden oder als momo oder so ein scherz spiel zu machen er fragt mich warum viele youtuber mehr content haben wollen und die leute wollen mehr aufmerksamkeit haben dass die leute das glauben und diese games die gibt es immer und diese games gibt es nur in in filmen das alles nur blödsinn ja liebe leute das war es mit den aufrege podcast heute mit mir hier beim floren als tv-kostik am podcast also macht die hausaufgaben viel spaß ich wünsche euch noch einen schönen abend hier bei hier bei my craft talk oder ich wünsche euch noch einen schönen abend hier bei minecraft talk und bei ihr wünschen noch eine gute nacht ich bin raus ciao mit v heute kommt noch ein podcast auf diesen kanal abend hier bei mir